Ja, ja, gibt da so einen Autoaufkleber. So, dann haben wir hier auch, dann sind die Bricks im Prinzip da. Die sind bald durch, die sind bald durch, die sind bald durch, die sind durch. Also, Bricks sind gleich fertig. Ja, und ich dekoriere hier noch ein bisschen. Ah, echt. So. Ach, das Bild ist so episch, aber das ist so alt. Ich mach dann auch erstmal eine schöne neue Diamantspitzhacke. Ich hab das aktualisiert, das Bild. Nach der 1,3. Was mit 1,3? Dann mach ich mir eine neue Diamantspitzhacke, aber meine hat nur noch ungefähr so ein Drittel. Das ist natürlich ärgerlich. Ach, fu, das ist ja hier nur ein... Ja, vor allem, weil die Glück hat, ne? Ja. Also, ich nenne es ja auch Skill, aber... Das ist klar, du und Skill. Mehr als du. Hallo, ich hätte hier gerne diese Hackfresse da. Als Bild. Was? Welche Hackfresse? Ja, diese Hackfresse da halt aus dem Bildabpack. So, wir haben jetzt 64, 64 und 3. Nicht diese Hackfresse, die andere Hackfresse, die kleine. Wo bist denn schon wieder? Oh nein, da war sie, die Hackfresse. Ganz oben. Vor den Schlafzimmern. Nein, nicht das... Nein. Auch mit einem Schallfeuerzeug, das ist die Hackfresse da. Das ist keine Hackfresse, der ist cool, der Junge. Ich darf auch Ironie. Hä? So, nicht geschlafen. Geht nicht. Scheiße, es ist nicht Nacht. Du meinst immer viel schöner, als ich da. Oh, ich liebe meinst du immer so heißlichen Fackeln. Oh mein Gott, dein Gesicht vor den Augenkrebs. Alter, lass meine schönen Fackeln. Alter, ich geh in dein Zimmer und mach alles kaputt. Wehe, wehe, wehe. Du hast ein Doppelbett? Ja, äh, lass mein Doppelbett. Du hattest ein Doppelbett? Ich hatte ein Doppelbett. Du hattest ein Doppelbett? Ja, von Anna noch. Es ist gem... Gib mir meine Betten zurück. Du? Ach ja. Ich hab das... Ich hab das Flammenschwert, ne? Denk da dran. Du hast immer die coolen Schwerte und bringst mich um. Ja, natürlich. Was anderes kann man mit dir ja auch nicht machen. Du weißt, dass ich... Ach nee, du weißt nicht, dass ich ein Feuerzeug habe. Mist. Wehe, du steckst das Haus in Brand. Wir sollten mal wieder was essen hier. Na. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich muss nur einen Rechtsklick machen. Dein Zimmer brennt zuerst. Wenn wir uns Samstag sehen. Dann schlage ich dich so windelweich. Wenn du dich wieder so... Ne? Und mir dann wieder so dumme SMS schreibst, sobald ich dann neben dir sitzen werde. Wie soll ich dir eine dumme SMS schreiben? Warum soll ich dir eine dumme SMS schreiben? Du hast mir Freitag eine dumme SMS geschrieben. Habe ich? Ja. Da standen drin. Ähm. Du weißt ja, weil du Freitag warst und was du Freitag gemacht hast. Hoffe ich noch für dich. Äh. Pff. Ähm. Da haben... Ach ja. Wir waren in Hannover und haben uns am See hingesetzt. Ich meine abends. W Plus heißt nochmal die weibliche Hardstyle-Producerin mit Doppel-C. Entweder Alzheimer mit Doppel-I oder zu viel Osborn-Intus. Ja, das ist... Meine Tastatur kennst du auch. Wenn du einmal die Tastatur drückst, dann drückst du die dreimal. Kennst du das nicht? Ja, aber ich fand den Spruch geil. Entweder Alzheimer oder zu viel Osborn-Intus. Ja, so viel Osborn war das gar nicht. Hallo. War ganz schön wenig eigentlich. Warum haben wir hier nicht schon lange... Ich freue mich auf Samstag. Warum haben wir hier nicht schon länger getreut im Gelände? Wo muss ich das erst jetzt hier hinbauen? Ich freue mich auf Samstag. Was sagst du? Wohin soll der Ofen? Was sagst du hier zur Sitzecke hier? Ja, groß, ne? Wo soll jetzt der Ofen hin? Ich hab jetzt soll... Oh, ist halt da ein Bild hingehangen. Da muss er nachher vorne der Ofen. Welches Bild? Welches Bild? Aller unten ist die Tür, oder? Ich will mich raus. Ja, wenn wir den Kamin auf dieser Ebene machen, dann ist es doch sowieso egal. Dann machen wir mal dann den Schornständen, oder was? Hä? Dann den Schornständen, oder was? Ja. Ja, der macht da einen Kamin hin. Oder wir machen den im Prinzip, äh, was nicht geht. Was geht nicht? Über die Öfen. Dass du die Öfen an die Wand platzierst. Oder hier, hier so die drei, das passt doch. Ja, dann geht das in dein Bild rein, in dein Fenster rein. Dann mach ich mal ein Fenster klein, oder? Dann mach ich mal ein Fenster klein, oder? Hier kommt ein Kamin hin. Oder wir machen das hier, dass der Kamin direkt über die Öfen ist. Das sieht geiler aus. Dann müsste man nur die Öfen hier hin platzieren und die Kiste auf die andere Seite. Äh. Ja, gut, dann mach das. Kammer runter. Warte. Okay, dann mach ich mal das als einfach. So, dann reiß ich hier jetzt die Kisten. Dann mach ich hier beim Fenster hin. Die nehmen, wenn ihr hier kommt der Kamin hin. Und da. Und jetzt haben wir nicht mehr genügend Platz. Ah, ich hab schon wieder Pilze. Wehe, du machst das da unten nicht ordentlich. Dann komm ich und, äh. Ich versetz mich hier nur warte. Deine Ausstattung. Zwei oder drei. Drei breit, oder? Äh, keine Ahnung, drei. Okay, dann brauchen wir noch einen Ofen. Ich setze mich erstmal hier hin und warte, bis der Kamin fertig ist. Du kommst her. Ja, aber hier oben wollen wir doch mit mir. Wir wollen doch damit mit Neterrek. Und so mehr mit Neterrek wollen wir doch arbeiten. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Neterrek. Hey, da kommt sonst verschwinden hier gleich die Items. Da fiel mir Platz hab ich auch nicht. Jetzt soll ich irgendwo eine Kiste hin. So, dann brauchen wir noch, äh, manchmal eben noch ein Öfen. Äh, Kamilfleisch kann auch mit in die Essenskiste, ne? Ja. So, ähm. Auch wenn der Ofen ganz links passt da nicht hin. Ne, nicht wirklich. Abgesehen davon geht das auch gar nicht, weil da ist ein Neterrek. Da muss ja irgendwo Neterrek. Da kommt doch ein Stück weg höher. Der Kamin. Ach ja, aber das ist, dass man das so als Dunstabzug zaubert, so nach dem Motto, weißt du? Aber dann, äh, setzt man die Öfen noch ein weiter nach vorne. Dann muss das Ganze ja noch ein weiter nach vorne sitzen. Was? Das Bild auch noch einmal nach vorne. Das Bild auch noch. Wo ist meine Spitzhacke? Da ist meine Spitzhacke. Ich suche mal nach dem Kühlschrankbild. Hallo, ich will... Essen, 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 Essen. Ähm, irgendwie fällt es in meinem Einkauf gerade rum. Nein, auch jetzt halt die Bilder wieder. Oh, ich habe mir die Bilder nicht gegeben. Da habe ich kann dreimal eine Wand klicken und dann habe ich alle Bilder im Weg gehabt. Aber es war kein Bild erschienen. Ich sollte nicht so bei Uploaden. Na. Hä? So, so meinst du das haben dann, ne? Ne, einmal nach vorne, nicht nach rechts. Ach, nach vorne. Wofür denn ein weiter nach vorne? Dass die, dass man da was draufstehen kann, als er auf einer Herdplatte quasi dann. Ach so. Und dann kommt da oben nochmal Cobblestone-Ding ins Lang. Oder, oder wir machen halt diesen hier. Die sehen, glaube ich, den Hof aus, ne? Ja. Knack, 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 knack. Hey, das erinnert mich an wen. Hust, hust. Ähm. Entschuldigung, dass ihr ewig mit Sachen knacken. Nein, ich meine nicht dich. Dann bin ich aber beruhigt. Ich habe diese Vorurteile gegen mich. Du weißt, wen ich meine. Äh, was meint's... So, und jetzt hier drüber einfach, oder was? Hä? Ich mach oben den... Gib mir die, äh, Öfen. Die Öfen stehen da. Wo denn? Direkt vor dir. Ähm, ich glaube, dann habe ich... Spack meine Internet-Connection gerade rum. Ja, du bewegst dich auch nicht. Ähm, mein Laptop macht nämlich heute gerne mal... Oh, nee, das kann gar nicht sein. Weil heute habe ich inzwischen auch Internet einberuhigt. Kann sein, dass mein Internet gleich ganz weg ist. Das wäre auf Dauer schlecht. Aber ich höre dich noch, also ist so viel schon mal gut. Jetzt machst du da heute eine Wand rein, jetzt stehen die Öfen da. Ah. Ah, jetzt hast du... Wow, du arbeitest da aber echt schnell. Ah, nee, so ganz geht's immer noch nicht, oder? Du hast hier gerade innerhalb von ein paar Sekunden hier alles rumgezimmert. Ja, aber da muss jetzt alles nachholen. Das ist voll den fiesen Delay hier drinne komplett. Dann disconnecte nochmal und connecte nochmal. Fuh, fuu, fuu, Logging in und... Hä, ich hatte hier alles schon fertig gehabt. Ärgerlich. So, äh, gut, dann komm gleich nach oben, von wegen Dings machen, ne? Na, direkt Kamin? Ja, genau. Genau so will ich das haben. Hier und da habe ich aber eigentlich einen Zaun hingestellt. Zack. Und da oben den Zaun habe ich eigentlich weggerissen. Ganz in der Wand. Und da das Ding habe ich auch noch... Ha. Und... Bats! An den Kamin müssen wir auch von außen nach oben ziehen, das heißt auch, ne? Genau, da kommt der Kamin nun. So soll das dann hier auf Grundebene brennen, ne? Also hier. Das heißt, wir vorkommen Kaminboden. Auf jeden Fall. Genau. Äh, und hier an den Seiten auch eigentlich noch, oder? Ja. Weil, äh, Sicherheit und so. Wenn wir nicht wieder normales Holz. Aber wir gucken, auch wenn wir mal ein Zimmer da oben, weil dann muss man ein Zimmer in die Wand von innen, einmal nach innen ziehen, ne? Eigentlich. Äh, das weiß ich so, konisch. Na, je nachdem, wie wir das bauen. Oder die Ziegelsteine sind gerade auch. Ja, nämlich nach Ziegelsteine. Was, ernsthaft? Und jetzt das Ding noch nach unten ziehen, ne? Komm mal runterzündigen. Warte, die Fackel hier kann weg. Und der Zaun im Musee weg. Ja. Ähm, hier runter muss auch noch den ganz Stein hier außen. Ja, Moment. Oh, mein Gott, ist das Ding heftig fies groß. Wir sollen das schmaler machen. Oder? Nö, jetzt machen wir das so. Nimm dir mal die halbe Hausfront ein, aber dann haben wir ein großes Feuer. Das ist total hässlich. Ja, du bist auch hässlich, ne? Und? Töte dich deswegen? Viper, Viper, ich will das anders. Ach, fuck. Das ist hässlich. Also nur ein. Auf jeden Fall nicht so groß. Oder zwei. Zwei. Wenn, dann muss es zwei. aber dann ja dann macht zwei dann macht so dass die außenwand wieder richtig ist also hier ja genau mein gott ist das komplizierte man kann ich nicht ansammeln da fragst du dich warum niemand mit der spielen wird als kind wo ich keine freunde hatte wir mobben und die leute sagen ihr seid voll lustig vielleicht sollten wir uns noch extremer mobben hier davor kommt dann auf jeden fall zaun oder brichtsaun kann nicht brennen davor kommt diese eisengitter eisengitter so komplett davor aber oder nur unten so eine reihe wie so kamin halt aber so muss es dann auf jeden fall genau und hier innen muss auch noch hoch gehen wenn man schon mal ein fenster um wenn ja für doch das andere zu machen wie sieht man das dann aus dann ist ja hier komplett das holz aufwecken ja nee das braucht dann ja im prinzip nicht weil man das nicht mehr sieht die muss oder fenster durch machen oder können wir hier noch einen kamin hinstellen in mein eigenes zimmer nein das war dann unfair das stimmt finde ich so das muss dann dann muss hier überall das dach dafür weg ja das ist ja logisch ich komme da jetzt nicht zu dir hin doch da sieht man da sieht man man sieht von innen wenn man an ihrer guckt kommt ja nicht in den kamin rein außer wir machen natürlich daraus eine selbstmordfalle wenn er für eine weihnachtsmann versucht hier rein zu kommen ich muss mir den kamin immer von außen angucken gleich weil wer weiß was du dafür scheiße baust wir haben gar keine leiter um dann brauchen wir noch ein leiter auf und auf eine dachluke raus wenn der schornsteinfeger mal kommt schornsteinfeger gegen spazieren schornsteinfeger gegen spazieren solche versorgen wieder kenne ich nicht nach das ist nicht versaut das ist ein altes kind so ich habe ihn jetzt so jetzt sieht er so aus extrem potten hässlich wenn man mich fragt ich guck mir das mal an ich baue mal hier unsere kleine dachluke rein jetzt scheiße 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 das wollte ich jetzt nicht zu ihm das wollte ich nicht ich wollte nur nicht gern ich setze ihn einfach mal in flammen wir werden ja sehen was passiert dich okay hast du eisengitter nein nicht gott oder was gerade hast aber ziemlich umgespackt von dem font ja schon wieder und immer noch schnauze wirklich potten hässlich ist so hier aber gibt mir ach da haben wir jetzt auch noch eisengitter manchmal davon so flache dinger was manchmal flache ja habe ich deine